Es war aber komplett kalt der Hände Verstanden, Falcon 3-0 ist unterwegs für persönliche Radarum Alles klar? Fucken Claymore Wie kann man so rumkehren, Alter? Wie heißt nochmal die Shotgun? 7-1 7-2 7-1 7-1 2-5 7-2 Knapp A few moments later Gott, der kämpft da ja immer noch rum Ja, komm Nimm das Haus doch zur Miete, Mann Zelt 2 2 2 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 Ja genau, er holt mich, und ich hab ihn nicht mehr ge- Alle beschweren sich beim Kämpfen, aber das Spiel kann nix dafür. Das Spiel ist so aufgebaut, die Maps. Gott Junge, was ist mit dir los? Beweg dich! Die Maps sind so krass aufgebaut, dass man überall kämpft. Bis gut. GOOOOOOT, so ein Camper! Apa-Tipp, bleibt gleich. Mach doch mal was anderes, ey. Guck mal, guck mal, ich guck mich immer. MEGA FAGGIT! Ich hab ihn mit C4 geholt, bzw. Was macht der Typ da? Alter, spielt der Sims oder was? Gott, jetzt Raketennerver auspackt, der Fotzenknecht, ey. I believe I can fly! He-He-He-He-He-He-The- overall Und ich sehe ihn nicht. Hoor ilod, alter. Und ich sehe ihn einfach nicht, dagegen. Ich bin zu lost. Das gibt's ja wohl nicht! Das gibt's einfach nicht! Der Jamie holt mich schon wieder! Junge, da war direkt neben mir einer! Oh mein Gott! Der war direkt in ihm drin! Der hat in den Arsch gepompst und er merkt es nicht! Das gibt's ja wohl nicht. Zimbi schadet nie zu viel, macht's Arschloch eh. Das gibt's einfach nicht, Alter. Wird ein Millimeter gefehlt zum Bomben und dann kommt wieder dieser Wix J-Meet oder wie der heißt. Mein Gott! Oh mein Gott! Der Typ schon wieder! Immer der gleiche! J-Meet! James Bond! Ich schaff's nicht einmal die Bombe zu blenden! Nein! Mit B! Blenden! Oh! Da ist noch einer! What?! Dennis! Grad on fire! Grad on fire! Oh! Oh! Gott! 6-0 ist der! Das sind alles Freaks! Und seine Waffe ist wieder so ein Comic-F! Achtung jetzt von hinten! Achtung! Und dort! Oh! Renn! Ja! Haltet diese Position! Baka! Renn! Renn! Operation... Operation Renaissance! Operation Coalition Renaissance! Operation Coalition Renaissance! Coalition... 9 Kilometre! 1 1 1 2 2